Na, das ist doch mal eine kuriose Preisverleihung. Basketball-Megastar Nikola Jokic ist MVP, also der wertvollste Spieler der NBA-Saison. Der Superstar der Denver Nuggets ist in Serbien, kommt gerade mit Pferd und Kutsche und tadaa, Überraschung. Ein Empfangskomitee mit Klubvertretern erwartet den 2,11 Meter Riesen, überreicht ihm die Trophäe, begleitet von serbischer Musik. Jokic ist sichtlich gerührt. Der 27-Jährige räumt die Auszeichnung schon zum zweiten Mal ab. In dieser Saison legte Jokic pro Spiel mehr als 27 Punkte, fast 14 Rebounds und 8 Assists auf.